hallo hier ist der jojo und hier haben wir ein ganz interessantes produkt da lasst euch mal überraschen was das ist auf jeden fall viel paracord sieht man schon mal packen wir es mal aus so hier haben wir mal alles auf dem tisch liegen und das ganze ist ein ja was kann man sagen was das jetzt ist eine tasche dabei da war es drin das paracord ihren karabiner und jetzt hier das teil dabei war erst mal erstaunt was ich damit mache und dann war es mir aber relativ schnell klar was ich damit mache ich baue das mal zusammen war keine anleitung dabei ist mir so eingefallen wie das geht und es ist ein enterhaken also das ist ein ganz interessanter enterhaken ist das wirklich was für freaks die draußen unterwegs sind die sowas brauchen die irgendwas auf dem baum hochziehen wollen oder da muss ich sagen meine fantasie hält sich da auch in grenzen was man da alles mit machen kann ich habe gedacht das ding passt jetzt herum so rum passt nicht aber so rum passt ja man kann natürlich auch hier dieses paracord jetzt hier durch machen das geht natürlich auch ich habe jetzt gedacht dass man das vielleicht so machen kann das ist aus stahl warte mal ist das magnetisch ja ist magnetisch wie mein nox ein dann können wir hier ein 15 meter paracord gehört zum lieferumfang das war ein ziemlich starkes ich würde mal sagen drei bis vier millimeter ich weiß jetzt kann was genau das maß ist guckt im shop da würde es dann falsch stehen wie viele millimeter das sind das knotet ihr dran und dann hier habt ihr ordentlich masse und könnt das teil dann hoch auf den baum schleudern um irgendwas hochzuziehen oder da vielleicht etwas runter zu holen ja also ich selber wüsste nicht für was ich so ein teil nutze aber da gibt es werden schon mal so enter haken verkauft die ließen sich gut verkaufen aber was genau die leute damit machen weiß ich nicht aber wer es braucht wer es braucht weiß was er damit machen kann und will findet ihr bei uns im shop